Musik 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 Aber du bist gut ja hörlich Musik 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 Ja, okay, wir fangen jetzt an. Also, wir sind die Three Brothers in Flames aus Berlin, weiß ich nicht. Weißt du, sieh? Und, ja, mir bleibt nicht viel übrig, als zu sagen, viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nee, kann ich bitte zum Schluss? Das dauert, Dinger. Und dann kamen wir in eine, ja, es war ein kleiner Konflikt, war es auf jeden Fall. Ich habe gesagt, State of Mind, aber das klingt einfach nicht ungewissentlich. Nee, ich fand den Namen auch doof irgendwie. Ja. Ich fand den umfassend. So, also, daher der Name. Brüten Brothers. Natürlich. Ja, das wären wir auch noch früher. Die gehören auch noch zum Leben dazu. Sie sind das Leben. Sie sind auf jeden Fall die besseren Menschen. Ja, auf jeden Fall. Ist das zu Klischee, Arsch? Ich weiß es gerade nicht. Aber es ist ernst. Ja, aber es ist ernst gemeint. Wirklich. Ich versuch's halt immer Bewusstsein schaffen. Ja, ich glaube, das ist es. Ja, ich, 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 also das, das wollte ich natürlich. Und ich verstehe sie auch so. Ähm, ich weiß nicht, wie die gehört werden und, also, oder ob man das überhaupt versteht. Das weiß ich nicht. Aber ich hoffe es, weil, weil die, die Worte sind sehr ernst gemeint. Das weiß ich nicht. Okay, okay, bis zum nächsten Mal. Genial. Hendrix. 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 owanie. Wollt ihr irgendwie? Wollt ihr irgendwie jetzt irgendwie? Man, I can do what I want, right? And that's almost done. Now I can sleep, now I can run. Man, I can do what I want, right? And that's almost done, all right. We ain't more to no more. 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 Untertitelung des ZDF, 2020